Ich zeige dir sieben Wege, wie du mit Apps Geld verdienen kannst, zum Teil auch ohne Gewerbe und ohne Startkapital und ohne dich zeigen zu müssen. Genau das werde ich dir hier in diesem Video zeigen, Schritt für Schritt, die verschiedenen Apps, die verschiedenen Wege, die verschiedenen Möglichkeiten, wie du damit Geld verdienen kannst. Auch zum Teil sehr, sehr spannende Möglichkeiten. Einige davon sind vielleicht bekannt, einige Methoden davon sind aber definitiv nicht bekannt. Und vor allem gibt es hier die eine oder andere Methode, die aktuell so richtig spannend ist. Es sind eigentlich nur drei Methoden, die aktuell ordentlich spannend sind und extrem viel Potenzial jetzt, aber auch in naher Zukunft haben und haben werden. Deswegen ist es definitiv wichtig, dass du bis zum Ende des Videos bleibst und ihr jede einzelne Möglichkeit anschaut und mir sehr, sehr gerne einen Kommentar da lässt, welche dieser Möglichkeiten für dich am interessantesten war und welche du natürlich gerne mal ausprobieren möchtest oder weitere Informationen dazu haben möchtest. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal direkt einsteigen. Hi, grüß dich, der Eugen hier von IncomeButler und hier zeige ich dir dreimal die Woche richtig coole Möglichkeiten, wie du online Geld verdienen kannst. Da zeige ich dir viele verschiedene Strategien, Tipps, Tricks, Hacks, Möglichkeiten und vieles, vieles mehr. Deswegen ist ein Abo, Like und die Glocke zu aktivieren nahezu schon verpflichtend. Also, lass es gerne mir ein Abo da, wenn das Ganze für dich spannend ist. Also, die erste Möglichkeit ist hier Copy Trading. Das ist ziemlich cool, weil du kannst hier einfach andere Profitrader oder Trader, die gut performen, entsprechend auch kopieren. Das ist der große Vorteil an dieser Plattform. Du siehst hier auch, du kannst es ganz, ganz auf Deutsch umstellen. Du siehst das Ganze alles auf Deutsch und kannst hier Rohstoffe, Aktien und vieles mehr traden und andere kopieren. Das heißt, sie machen die Arbeit, die Analyse für dich, wenn sie was kaufen oder verkaufen, dann müssen das Ganze bei dir auch entsprechend auch gekauft oder verkauft. Und wenn sie schließen, dann bekommst du entsprechend auch in der Regel den Profit. Zum Beispiel kannst du es so aussehen, dass du hier die verschiedenen Möglichkeiten siehst, wo halt eben positiv geschlossen wurde die Trades. Klar, es kann auch definitiv mal negativ sein, das ist natürlich keine Frage. Dafür brauchst du aber kein Gewerbe, dafür musst du nichts zeigen und es ist fast schon für Faule geeignet, weil das mit der App ganz normal funktioniert und du einfach gute Trader finden musst, hier auf die besten Liste gehst und dann reicht es in der Regel schon vollkommen aus, dass du hier einen anderen Trader tradest und dann einfach mal hier und da ein Auge drauf wirft. Das ist natürlich ganz klar, ja, aber das funktioniert ziemlich auf Autopilot, wenn du einen guten Trader gefunden hast oder gute Trader, also mehrere und hier entsprechend reingehst. Nächste Möglichkeit, ebenfalls nur mit deinem Smartphone. Dafür wirst du auch nichts anderes brauchen, ich stelle hier auch mal auf Deutsch um und das war's. Ja, dein Smartphone und einfach ein bisschen mehr Zeit hier im Einzelhandel und auch mit Technik kannst du hier entsprechend auch Geld verdienen. Ja, das Beste ist, du kannst das Ganze mit EBA, also per Banküberweisung oder per Paypal ausbezahlen. Das geht in ganz Europa in der Regel diese Möglichkeit mit dieser App und das ist ziemlich einfach. Du gehst in den Supermarkt, wo du eh schon einkaufst, kannst dort eben deine Einkäufe entsprechend fotografieren, zum Teil meistens, damit die Leute auch sehen, hey, wo oder wie sieht das Ganze aus, etc. Ja, wie sind die Preise, wie ist eingeordnet. Das ist so ein bisschen Shopping, auch für die Unternehmen selber, um zu schauen, hey, wie ist es in der Filiale umgesetzt, passt es oder passt es nicht. Ansonsten kannst du hier auch als Elektriker, sonstiges und Tech entsprechend hier agieren, ja, und dann hier Elektrik, Fernseher, Internet, sonstiges einrichten. Das ist auch richtig spannend. Einfach wirklich die App runterladen, registrieren und verifizieren und dann kannst du schon damit loslegen. Du verdienst hier zwischen 250 bis 20, 25 Euro pro Aufgabe und das halt schon ziemlich, ziemlich spannend. In dem ganzen Tech-Bereich ist es natürlich deutlich, deutlich höher, das ist natürlich auch klar. Dann, nächste ähnliche App ist Streetspotter. Auch kannst du hier die App kostenlos runterladen und kannst auch schauen, hey, welche Spots gibt es aktuell in meiner Nähe. Ja, das geht natürlich auch vielleicht auf dem Dorf, aber klar, in der Stadt ist es natürlich viel, viel spannender, ganz klar. Und wenn du eh in die Arbeit fährst zum Einkaufen, dann kannst du mal schauen, hey, was gibt es überhaupt so für mich auf dem Weg dahin. Und da kannst du sprechen, deine Route entsprechend noch planen und ja, entsprechend auch mit Geld verdienen. Du bekommst das Geld ganz einfach auch per Paypal oder Bank ausbezahlt. Also auch eine ziemlich coole Möglichkeit, weil du für brauchst auch kein Startkapital, muss ich nicht zeigen, sondern kannst das Ganze hier eben ganz normal für dich nutzen. Ja, und das ist sau einfach in der Regel, schnell verdientes Geld, weil du einfach komplett flexibel bist. Wenn du sagst, hey, ich habe gerade Langeweile, aber ich möchte mit Geld verdienen, dann machst du damit. Wenn du müssen spazieren gehen möchtest, kannst du mit Geld verdienen, von daher ziemlich coole Möglichkeit. Dann Atapol, das werden schon viele kennen, denke ich mal, oder vielleicht einige kennen. Ist eine Umfrage-App, damit kannst du entsprechend auch Geld verdienen, zwischen ein paar Cents und ein paar Dollar oder Euros. Das ist auch ziemlich, ziemlich nice, dass man damit auch entsprechend auch Geld verdienen kann. Also schon auch eine coole Möglichkeit, gerade wenn du hier eine Lücke hast, wo du auf jemanden warten musst oder irgendwie ein Zug oder Bahn oder Bus unterwegs bist, dann kannst du entsprechend auch damit auch Geld verdienen, anstatt nur rumzusitzen. Also auch eine coole Möglichkeit. So, wenn es bisher gefallen hat, lass mal auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch, ein Like, beziehungsweise lass mal gerne einen Kommentar und ein Abo da. Die nächste coole Möglichkeit ist Polpay, ähnlich wie Atapol, nur finde ich da sind die Vergütungen definitiv besser. Hier kannst du auch deutlich mehr verdienen, auch ganz normal mit deinem Smartphone kannst du hier entsprechend durchstarten. Hier Einladungscodes findest du in der Videobeschreibung bei beiden. Dann bekommst du schon mal 50 Cent geschenkt, dann kannst du damit, oder 40 Cent, 50 Cent geschenkt, kannst du damit starten. Die nächste richtig coole Möglichkeit ist Captions, eine ziemlich nice App. Aktuell gibt es die nur für das iPhone, iOS, weil du kannst hiermit ziemlich einfach Untertitel erstellen. Hier Untertitel, kannst du das Ganze übersetzen, kannst du es highlighten. Also wirklich richtig, richtig cool, was du machen kannst. Und zwar kannst du hier in Nahe zu jeder einzelnen Sprache solche Captions erstellen. Du kannst sogar in Realtime, das kannst du von Deutsch auf Englisch übersetzen lassen. Das geht auch. Du kannst hier so ein AI nutzen, damit du dir so ein Skript auch erstellt, für alles mögliche, was du brauchst. Du kannst hier Ideen erstellen und so viele andere Sachen. Das geht ganz einfach mit dieser App. Also diese App kann noch vieles, vieles mehr. Das ist halt so spannend, vor allem, weil du dadurch wirklich ganz einfach viele Sachen in eine App verbunden hast und dadurch viele Funktionen hast. Und das heißt also, du kannst mehrere Services anbieten. Wie zum Beispiel im Instagram hier geht, hier Jürgen Höller. Aber du siehst, es hat keine Untertitel, gar nichts. Jetzt könntest du solchen Menschen wie Jürgen Höller oder auch anderen Coaches, Trainern, Beratern oder Dienstleistungen oder, oder, oder entsprechend diesen Service anbieten, dass du für diese Captions erstellst, das Untertitel mit dieser App, du es einfach nur hochladen und lässt das Ganze automatisiert erstellen. Ja, und das ist wirklich einfach damit. Genau, diese App kostet etwas, 7.000 kostenlos nach im Jahr, ich glaube, 50, 60 Euro. Jede einzelne Penny definitiv wert, weil es so viel Zeit spart. So, und für diesen Service kannst du ungefähr zwischen 500 bis 1.500 Euro verlangen, je nachdem, was du noch ein bisschen mehr reintust oder nicht. Aber ich habe hier auch schon virtuelle Assistentinnen eingestellt gehabt, die haben 50 Euro die Stunde verlangt und es gab natürlich welche, die waren teurer oder auch günstiger. Ja, schlussendlich kannst du mit dieser App dir das Ganze sparen und kannst es ebenfalls für 50 oder 30 Euro oder 60 Euro die Stunde verlangen. Genau, das ist wirklich eine coole Möglichkeit. Dann ein Hype-Thema aktuell, sehr, sehr wichtig, brisant, Strom. Das Thema Strom ist natürlich sehr wichtig und Strom in Deutschland ist aktuell sehr teuer geworden und ganz Europa, hauptsächlich in Deutschland ist der Strom sauteuer geworden und damit gehen viele Unternehmen natürlich weg. So, also die Frage natürlich, wie kann man Menschen, gerade Privatpersonen, helfen, hier entsprechend Geld zu sparen, ja. Also ganz einfach, indem man hier entsprechend den Leuten über das Thema Stromaufklär, Strom berichtet, aber auch sowas wie hier Solarmodule, etc. anbieten kann, ja. Ja, dadurch, dass du Affiliate Marketing machst, kannst du, wenn jemand das verkauft, ja, hier zwischen 7% oder 7% oder 7% oder 8% die du hier viel Umsatz durch generierst, verdienen. Und das ist halt dann schon eine spannende Möglichkeit. Wenn das Ganze in der Elektronik reinfallen würde, ist es 3-4%, aber trotzdem auch dann ist es noch rentabel. Wenn jemand für 1.000 Euro einkauft, bekommst du für 70 Euro, was wahrscheinlich hier auch landen wirst, weil es hier im Home-Bereich und Baumarktbereich ist, ja. Das heißt, du wirst hier entsprechend 70 Euro bei 1.000 Euro Verkaufwert, wirst du 70 Euro bekommen. Auch sehr spannend. Du kannst natürlich auch Stromvergleiche anbieten, das geht natürlich auch. Du kannst auch entsprechend hier deine ganzen Daten eingeben oder der Kunde gibt deine Daten hier ein, sagt, hey, kostenlos vergleichen. Dann siehst du hier, wie viel Geld du sparen könntest. Aktuell ist es so wichtig, Geld zu sparen auch und hiermit hättest du diese Möglichkeit angeboten. Einfacher geht es nur mit unserem 2-Klick-System, kannst du hier kostenlos am Online-Trading teilnehmen und herausfinden, wie du dieses 2-Klick-System für dich auch nutzen kannst und damit eben durchstarten kannst. Also eine ziemlich coole Möglichkeit, wie du damit durchstarten kannst und dafür bekommst du auch noch hochwertige Geschenke, indem du dich a. angemeldet hast und b. nach dem Online-Trading auch noch zugeschickt, wenn du teilgenommen hast. Also eine richtig coole Möglichkeit. Hier schreibt mir sehr gerne einen Kommentar in, welche dieser Möglichkeit dich am meisten interessiert hat und vielleicht auch gerne warum. Ansonsten sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video.